Gesunde Ernährung, Fit statt Fett. Die Ernährung umstellen, Krankheiten vorbeugen und sich mit ein paar Pfund weniger viel Wohle in seiner Haut fühlen. Erinnert sie ihre Waage zum Jahresanfang an ein bisschen zu viel, beginnt der Frust. Wir geben guten Rat. Für sie steht in diesem Fall fest, jetzt ist höchste Zeit zum Abspecken. Welche Diät ist die richtige? Haben Schlankheitsguren auf Dauer einen Sinn? Wir aus der Apotheke geben guten Rat zum richtigen und gesunden Abnehmen. Der richtige weckt zum Wohlfühlgewicht, das Angebot an Schlankheitsguren ist unüberschaubar. Häusche Trennkost, Befalle ihr Hils-, Apfel- oder Grapefruit-Diät, alle versprechen Erfolge in kürzester Zeit. Apotheker und Ernährungsexperten betonen, einseitige Diäten sind nicht empfehlenswert. Hungern und strenges Verzichten machen keine gute Figur. Denken Sie an die vielen Menschen, die nach einer Diät erschrocken feststellen, die mühsam abgespeckten Pfunde kehren rasch zurück. Radikale Diäten stürzen den Körper regelrecht an Unordnung und machen ihn im schlimmsten Fall krank. Wir können unseren Körper nicht auf ein unrealistisches Idealmaß trimmen. Lernen Sie Ihre Schokoladenseite lieben, das bedeutet nicht, dass Abspecken grundsätzlich keinen Sinn ergibt. Die Warnung vor extremen Diäten richtet sich an die sogenannten Oft-Däter. Bei ihnen hat sich der Stoffwechsel an die freiwillige Hungerkur angepasst. Ändern Sie Ihre Essgewohnheiten allmählich und nehmen Sie langsam ab. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Ernährung im Sinne einer ausgewogenen Nahrungszufuhr umzustellen. Es gilt, freunden Sie sich lieber mit Ihren überflüssigen Pfündchen an. Ärzte halten Menschen, deren Gewicht ständig schwankt, Jojo-Effekt, für gesundheitlich gefährdet. Finden Sie Ihr persönliches Wohlfühlgewicht. Durch eine gesunde Ernährung kommen Sie ohne Stress und Gewissensbisse ans Ziel. Auf den Langzeiterfolg kommt es an. Setzen Sie für anhaltenden Erfolg auf sportliche Betätigung. Kontrollieren Sie Ihre Ernährung und investieren Sie in Bewegung. Eine halbe Stunde Joggen, Radfahren oder Schwimmen verbrennt 300 Kilokalorien. Ein Fußweg von einem Kilometer Länge verbraucht durchschnittlich 40 Kalorien. Die Energiebilanz sieht gleich viel besser aus. Bei vielen scheitert das sportliche Training an der fehlenden Motivation. Hier ist der erste Schritt der schwierigste. Es gibt für jeden genug Bewegungsmöglichkeiten minus abseits von Sportplatz oder Turnhalle. Fahren Sie mit dem Rad zum Einkaufen oder gehen Sie zu Fuß. Nutzen Sie jede Möglichkeit, den Körper täglich in Schwung zu halten. Die nützlichen Extras Sie möchten noch mehr tun? Planen Sie dreimal die Woche ein Ausdartreinung von einer halben Stunde ein. Überstürzen Sie anfangs nichts. Wandern, Langlauf, Schwimmen eignen sich gut. Regelmäßiges Training normalisiert Hunger und Sättigung. Das ist für viele ganz wichtig, damit kein Heißhunger eintritt. Erschrecken Sie nicht, wenn der Erfolg nicht sofort sichtbar eintritt. Der Körper baut Fett zuerst dort ab, wo er am leichtesten herankommt. Das sind nicht immer die gewünschten Stellen.